so und weiter geht's erstmal den hier ausschalten und die beiden wieder 1 2 ist immer so knapp und ich habe ich auch vielleicht sollte ich mir eine waffe holen oh nein scheiße ok neuer versuch so der erstmal weg weg nein ich wollte gar nicht auf ihn drauf ich wollte eigentlich den einen killen da so kommt her kommt her und noch einer ich soll lieber mal die waffe hier nehmen der ist weg der ist weg und der ist weg das läuft doch ganz gut wow knapp und geschafft sehr schön ok vorsicht wo 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 war knapp scheiße so überraschung überraschung und die alle hoch wo habe ich Glück pfuh so wie viele leute sind hier noch tot 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 alles noch einer wo 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 scheiße und hat mich jetzt erschreckt ha 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 ok hier oben komm 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 und ja jawoll stage clear ah die shotgun ist leer nochmal lieber die hier so ah jetzt geht es hier noch weiter hop scheiße neuer versuch nein der letzte natürlich kommt durch und killt mich ah scheiße nein ich wollte das gar nicht nein nein ah konzentration wow steht er hier einfach wieder auf oh der auch leute nicht immer alle aufstehen nein nein ah oh achievement so jetzt aber der ist auch tot oh hier ist noch ein hundi und die ist tot und der letzte da oben jawoll so gefällt mir das doch so jetzt brauche ich eine andere waffe ah hier shotgun mit der schotty geht alles so wo muss ich hin hoch nein so hier durch oh oh Nein Der Nein Ach, verflucht Ein bisschen leiser hier machen vielleicht Ein bisschen leiser, dann geht das So, jetzt muss ich aufpassen Nein Ah, das wird eine lange Map, kann ich jetzt schon sagen Das wird eine halbe Ewigkeit dauern Ah, scheiß Hund Ah, das dauert wieder Ewigkeiten Ah Okay Ich habe daneben geworfen Okay Das passiert mir aber auch nur einmal Hoffentlich Ach, komm, 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 komm Konzentration, Mann Wer hat je gesagt, dass Mord einfach ist Ah Ah Ah, jetzt Irgendwie hat gerade meine Maus gehangen Nein Okay Ach Ach, ich schaffe das nie Das gibt es auch nicht Also ich habe es schon mal geschafft Vor einer Zeit Aber Ich weiß nicht Hatte ich da bessere Reflexe oder so? Oh, wo kommt denn der her? So Oh, der ist so schnell, der Dicke Ist gerade das Spiel gehangen Boah Jawohl Jetzt muss ich es doch schaffen Oh, Kopf weg Cool Das habe ich auch noch nicht gesehen So Konzentration Konzentration Nein Das gibt es doch nicht Oh, der Dicke ist weg 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 oder? Oder? Ne, zwei. Noch zwei sind da. Nein! Was war denn das? Was war denn das? Du musst dich doch verarschen. Eigentlich wäre das Spiel schon vorbei. Ah, ficken. Fick dich. Ah! Ich liebe das Spiel. Das beste Spiel der Welt. Jetzt gerade in dem Augenblick. Komm, steh auf, steh auf. So. Mann, ich war ja so schiss, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist ja schon fast wieder draufgegangen. So, zwei Waffen. Ja, ich hab's geschafft! Gott sei Dank! So, jetzt aber nichts wie raus hier. Erstmal nach Hause. Ja, ich hab' ordentlich Punkte gemacht, dass es mit dem Spiel los ist. Das hängt immer mal wieder kurz. C! So, erst mal hier was kaufen. Was schau'n? Hey, I recognize you. You look very familiar. Have we met before? Nee, wir haben uns noch nie getroffen, aber der, der da tot daneben liegt, den kenn' ich. Du Arsch. So, ich nehm' doch keinen Film. Ich geh' lieber. Auf nach Hause. Achter Juni! Get out of my face, asshole! Boah! Boah! Okay. Tja. Hey, Mädel, wie geht's dir? Sag's nix? Naja. Äh, wir spielen gleich hier weiter. Und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao! Ciao!